Am Leibacher Feld hat heute eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Massakers von Bleiburg stattgefunden. 30.000 Menschen, viele davon aus Kroatien, sind gekommen. Die Menschen, die mit hunderten Bussen angereist sind, gedenken der zehntausenden kroatischen Soldaten, die die Briten hier nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die siegreichen kommunistischen Partisanen übergeben haben. Viele waren Ustascha-Soldaten, die mit Nazi-Deutschland verbündet waren. Nach der Auslieferung vor 70 Jahren sind Tausende im Grenzgebiet und in Jugoslawien ermordet worden. Die kroatische Präsidentin Kolinda Graber-Kitarović hat die Gedenkstätte schon am Donnerstag besucht.